Geysi, wir sind ja jetzt schon fast so ziemlich jedes Fahrgeschäft hier auf der Wiese gefahren, richtig? Das ist fast ziemlich richtig, ja. Ich habe mir heute mal was Witziges überlegt. Lieber Kameramann, darf ich dir mal eine Frage stellen? Möchtest du heute mal mit Mr. Gravity mitfahren? Ja, 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 ja. Komm, ich helfe dir mal. So sicher nehme ich einen Geysi mit, damit wir auch schöne Bilder haben von mir und nicht nur Verwackelte. Hallo, ich bräuchte bitte einen Chip. Du bräuchte zwei Chips. Ich bräuchte zwei Chips. Ja. Vielen Dank. Es geht gemütlich los. Ich hasse es. Äh, genau. Ich bin ja hier, um auch redaktionell zu arbeiten. Und ich soll herausfinden, wie schnell das ganze Fahrgeschäft fährt. Was denkst du denn, Geysi? Wie schnell fährt dieses Ding? Ich würde es mal auf 120 Stundenkilometer schätzen. Ja, ein Glück habe ich kein Schweinsachs noch gegessen. Das ist mir jetzt richtig im Magen zerlegen. Sie haben es überlebt. Meine erste Fahrt als rasende Reporter. Ja, rasend. Wie Mr. Gravity. Es war ein Erlebnis. Unerwartet. Die M&M steckt mir wieder im Hals. Wie war denn deine Experience mit mir? Also Xana, ich glaube über die Arbeitszahlung sprechen wir nochmal. Wenn die Bilder von ihr stimmen, dann tauschen wir einfach, weil das hat viel mehr Spaß gemacht. So machen wir das und jetzt geht es weiter zum nächsten Fahrgeschäft. Gehen wir jetzt nochmal zum Fahrgeschäft. Muss ich nochmal fahren? Okay. Aja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020